Achtung, fertig, los! Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gerne einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nicht zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen. Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so. Wir haben hier eine Null-Toleranz-Politik, und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen. Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab, und alles, was du tun musst, ist zu nicken, wenn du eine Ahnung hast. Das Wichtigste, was ihr verstehen müsst, ist, dass ein Beweis immer eine Herleitung braucht. Schritt für Schritt. Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht haben. Ist alles okay? Hey! Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, riech ihm die Beine. Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen. Schämen Sie sich. Das ist ein blödes Zynismus, den kannst du einfach zu Hause sagen. Das ist ein Problem, wegkampf! Was sind das für Meinungsverschiedenheiten? Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich denke, Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.